Ralf Stegner wird bei Markus Lanz mal wirklich richtig auseinandergenommen, weil der Mann einfach nicht verstehen will, was in diesem Land vor sich geht. Und das beweist er ja schon direkt am Anfang, indem er uns erst einmal groß erzählt, wie toll doch eigentlich alles läuft. Die Leute tun manchmal so, unser Staat funktioniert nicht mehr. Wissen Sie, wenn ich in der Welt unterwegs bin, sagen die meisten Länder, eure Probleme hätten wir gerne. Meine Großeltern hätten unsere Probleme sofort genommen, wie wir heute haben. Gehört die Deutsche Bahn auch dazu? Diese Jammerei, statt zu sagen, dass ein Auftrag, einmal aufzukrempeln und was zu tun, die geht mir wirklich tierisch auf den Senkel. Richtig, jetzt habt euch doch mal nicht so. Und ich meine, wenn man noch so viel verdient wie ein Ralf Stegner, dann machen einen ja auch die ständig steigenden Preise nichts aus. Ich weiß zwar nicht, wie viel er aktuell verdient, aber zumindest 2007 schrieb das Hamburger Abendblatt, dass er 21.500 Euro erhält. Und ich glaube, das dürfte heute deutlich höher sein. Und dann diese lächerlichen Vergleiche mit seinen Großeltern oder irgendwelchen anderen Ländern, vermutlich aus der dritten Welt, die natürlich froh wären, wenn sie hier leben könnten. Aber das kann doch bitte nicht der Standard sein. Uns geht's schon ganz gut. Wir haben unsere Probleme, man kann über Dinge streiten. Die Bahn ist nicht immer pünktlich. Trotzdem fragen sie mal in anderen Ländern, wo die gerne leben möchten. Ja, natürlich würden die lieber hier wohnen. Das sieht man ja auch an der massiven Zuwanderung. Nur für die Menschen, die hier tatsächlich arbeiten, sieht's eben nicht mehr so rosig aus. Und dann noch ein SPD-Kanzler, der uns ein Wirtschaftswunder versprochen hat, aber uns am Ende mithilfe der restlichen Ampel in die Rezession gestößt hat. Und das stellt dann auch nochmal eine Journalistin von der FAZ fest. Und Stegner ist das sichtlich unangenehm. Aber wenn es um das Wirtschaftliche geht, da passiert irgendwas mit ihm. Also letztes Jahr stellte er uns ein Wirtschaftswunder wie in den Nachkriegsjahren in Aussicht. Wachstumsraten von 4, 8 Prozent wären das. Ich meine, wir krebsen um die Nulllinie herum. Das grüne Wirtschaftswunder. Das grüne Wirtschaftswunder. Dann sagt er, alles laufe auf Deutschland zu. Okay, dass man dann halt Unternehmen wie Intel irgendwie 10 Milliarden Euro Bestechungsgeld geben muss, damit sie hier investieren. Ja, dass hier niemand zu uns kommt, sondern im Gegenteil sogar viele Firmen aus Deutschland flüchten oder zumindest Stellen abbauen wie BASF, Miele, Stiel, sollte ja mittlerweile bekannt sein. Aber Lanz ist sichtlich amüsiert darüber, dass Stegner das überhaupt nicht gefällt. Erwähnte er dann lieber nicht. Er sagt harte Worte vor. Machen Sie weiter. Stegner guckt sehr gequält. Machen Sie wohl fest. Ja, Bestechungsgeld. Ja, dann nennen wir es halt nicht Bestechungsgeld, sondern Schmerzensgeld dafür, dass Intel überhaupt nach Deutschland kommt. Aber wie wir ja bereits von Robert Habeck gelernt haben, geht es der Wirtschaft überhaupt nicht schlecht. Die Zahlen sind nur nicht so gut. Und ich meine, man guckt sich die Zahlen an, die Auftragseingänge in der Industrie gehen runter, das Geschäftsklima geht runter, die Exporte gehen runter, die Konjunkturprognosen sind nach wie vor schlecht und ja, also manchmal fragt man sich einfach, was wird da geraucht im Kanzleramt, dass diese... Ja, manchmal fragt man sich wirklich, ob die im Bundestag nicht irgendwelche Substanzen zu sich nehmen. Aber am Ende ist es einfach nur eine immer weiter zunehmende Entfremdung von der Bevölkerung, einen völligen Verlust von der Realität und natürlich das Klammern an Macht und Geld. Aber Ralf Stegner beweist hier natürlich völlige Erkenntnisresistenz, denn jegliche Form von Kritik perlt an ihm ab. Und nicht nur das, er will uns jetzt allen Ernstes noch erzählen, dass die Ampel uns doch eigentlich richtig gut durch die Krise geführt hat. Wenn man mal ganz ehrlich ist, kann man die Sache natürlich auch ein Stückchen anders betrachten. Wenn man mal die Situation anschaut und welche Krise wir hatten, dafür Sorge zu tragen, dass wir nicht Massenarbeitslosigkeit kriegen, dass die Leute nicht frieren müssen, dass das gelingt, dass das gelingt, wenn das Gas von heute auf morgen weg ist. Ja, oder man hätte sich mal vorher überlegt, wie sinnvoll diese Sanktionen sind, die am Ende vor allem uns geschadet haben und nicht Russland und stattdessen weiterhin Gas aus Russland bezogen, so wie die anderen Länder in Europa auch. Anstatt jetzt ebenfalls russisches Öl und Gas zu beziehen, nur völlig überteuert über Indien. Und dann betont er natürlich nochmal, dass man ja auf jeden Fall die Schuldenbremse aufheben müsste und dass man auf keinen Fall bei den Sozialausgaben sparen kann. Dass dort aber sehr viel Potenzial zum Sparen ist, anstatt in einer Hochzinsphase noch mehr Schulden aufzunehmen, versucht ihm dann auch nochmal die FAZ-Journalistin zu erklären. Aga, aber warum wir jetzt 47 Milliarden Euro fürs Bürgergeld ausgeben müssen, da würde ich jetzt schon mal ein Fragezeichen dran setzen, ob das so viel sein muss. Wir geben deutlich weniger Bürgergeld aus, wenn wir die Leute anständig bezahlen müssen und sie nicht aufstocken müssen. Ein Viertel der Bürgergeldempfänger müssen aufstocken, weil ihre Löhne so miserabel sind, dass sie Bürgergeld zahlen müssen. Da kommt das hier. Nicht das halbe Prozent, das nicht arbeiten will. Also erstmal verbreitet Herr Stegner hier natürlich Fake News, denn wir haben etwa 5,5 Millionen Bürgergeldempfänger, wovon 800.000 Aufstocker sind, was etwa 14,5 Prozent sind. Und nicht 25. Und dann geht es auch überhaupt nicht um die paar Totalverweigerer, sondern um die unzählige Menge an Menschen, die tatsächlich arbeiten können, aber entweder das System ausnutzen oder vielleicht auch wirklich gar keinen Anreiz haben, weil, wenn sie arbeiten würden, sie am Ende genauso viel oder sogar weniger in der Tasche haben, als wenn sie Bürgergeld beziehen. Vier Millionen erwerbsfähigen Bürgergeldempfängern sind 1,6. Pi mal Daumens schreibt sogar das Arbeitsministerium, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Und da muss es halt drum gehen, wie kriegt man mehr davon in Arbeit rein? Viele davon sind ukrainische Flüchtlinge. Richtig, Herr Stegner. Aber warum bekommen ukrainische Flüchtlinge bitte nochmal deutsches Bürgergeld? Es sind ja nun mal ganz eindeutig Asylbewerber, weil sie von einem Krieg flüchten. Also warum erhalten sie dann nicht Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz? Das wäre nämlich deutlich niedriger als Bürgergeld. Und gleichzeitig ist damit ja auch der Anreizhöhe, möglichst bald eine Arbeit zu finden. Und dazu kommt ja noch, dass wir überhaupt nicht nachschauen, was die eigentlich für ein Vermögen besitzen, also ob sie überhaupt Anspruch auf das Bürgergeld hätten. Und weil wir das nicht machen, wird das ganze System natürlich schamlos ausgenutzt. So schreibt hier zum Beispiel die Welt, das Bundesamt für Migration prüft tausende Verdachtsfälle zu ukrainischen Flüchtlingen, die womöglich auch eine EU-Staatsangehörigkeit haben und deshalb kein Bürgergeld beziehen dürfen. Bisher konnten zwar nur wenige Fälle bestätigt werden, aber die Dunkelziffer ist vermutlich enorm hoch. Meistens fallen solche Fälle nur auf, wenn sich jemand wirklich sehr ungeschickt anstellt und einen niegelnagelneuen ukrainischen Pass hat, aber kein Wort ukrainisch spricht und komischerweise auch nicht sagen kann, von wo er aus der Ukraine kommt. Und das regt die Menschen so auf, die tagtäglich arbeiten und über die Hälfte von ihrem Gehalt an den Staat abgeben müssen, um genau solche Systeme zu finanzieren. Aber das kommt überhaupt nicht in Ralf Stegners Welt an. Und jetzt passt mal auf, was dieser Mann jetzt ernsthaft darauf erwidert. Der Dobrindt daher und sagt, lassen Sie mal die Flüchtlinge ein bisschen schikanieren, sozusagen. Das ist ja eine super Sache, wenn man möchte, wenn man Solidarität organisiert. Aber dass jemand, der jetzt den Sprachkurs gemacht hat, dann vielleicht auch irgendwann mal in den Arbeitsmarkt gehen kann, dass da vielleicht ein bisschen mehr Druck nötig ist. Also dass man hier überhaupt erst mal prüft, ob hier vielleicht Sozialbetrug vorherrscht oder man eben auch etwas darauf drängt, dass die Menschen irgendwann auch in Arbeit kommen und auch einen Anreiz dazu haben, das ist für Ralf Stegner Schikanierung von Zugewanderten. Und das fällt eben auch der Journalistin von der FAZ auf. Mich wundert, warum die SPD so eine Sozialleistungsempfängerpartei geworden ist und eben nicht mehr die Interessen derer vertritt, die die Arbeit haben. Überhaupt nicht. Wir wollen möglichst wenig Sozialbetrug nicht zum ersten Mal. Aber jetzt wird es richtig witzig. Denn Ralf Stegner bemüht mal wieder sein altes Narrativ, was wiederum zeigt, dass er völlig den Bezug zu der Bevölkerung verloren hat, während alle anderen in der Runde im Chor versuchen, ihm klarzumachen, dass er es immer noch nicht verstanden hat. Weil ich Ihnen sagen muss, wenn Arbeit anständig bezahlt wird, dann haben wir weniger Sozialfonds. Das ist unsere Politik, die wir machen wollen. Ich höre immer nur bei den Schwächsten Kürzen. Wir reden immer nur über die verschwindende kleine Minderheit derer, sozusagen, die bestimmte Dinge liegen. Nein, Stegner ist da völlig... Die Zahlen sind doch so. Nein, Herr Stegner, es geht nicht darum, dass Sie bei den Schwächsten kürzen sollen. Im Gegenteil. Sie sollten denjenigen helfen, die den Laden am Laufen halten, die hier jeden Tag hart arbeiten, indem man die unfassbar hohen Steuern und Sozialabgaben senkt und es zumindest den Menschen überlassen, ob sie jeden Monat in das Schneeballsystem der staatlichen Rentenversicherung einzahlen wollen oder vielleicht lieber in einen breit gestreuten ETF, bei dem sie ein Vielfaches der Rendite haben. Und es geht hier auch nicht um die paar Totalverweigerer am Bürgergeld, sondern dass unser Sozialsystem massiv ausgenutzt wird. Zum Beispiel schaffte es ein Zugewanderter, Millionen aufgrund von Scheinvaterschaften zu bekommen. Und das wird, wie der Fokus hier auch schreibt, wirklich nur die Spitze des Eisbergs sein. Und ich sage es jetzt auch nochmal, denn gestern war ja der Steuerzahler-Gedenktag. Das heißt, bis zu diesem Tag habt ihr in dem ganzen Jahr nur für den Staat und Sozialabgaben gearbeitet. Tja, und wenn die Menschen sehen, dass eben nichts mehr in ihrer Tasche bleibt und andere Leute, die überhaupt nicht arbeiten, aber arbeiten könnten, trotzdem nur unwesentlich weniger Geld im Monat haben, manchmal sogar mehr Geld besitzen, dann führt das eben zu Frust und die Leute wählen die Bürgergeldpartei SPD bestimmt nicht mehr. So, jetzt bekommt Stegner aber endlich mal eine klare Ansage, warum die Leute definitiv nicht mehr SPD wählen wollen. Ich komme vom Land aus einem kleinen Ort, 30 Kilometer südlich von Bremen. Und für jeden Handwerker oder Angestellten ist das Ziel oder der große Traum im Leben, sich ein Eigenheim bauen zu können. So, das ist, dann geht man zur Bank und fragt, Mensch, kann ich einen Kredit kriegen? Man fragt in der Verwandtschaft nach, wie viel Geld liegt da und was habe ich noch auf meiner Kante liegen? Da muss das doch irgendwie gehen. Und das alles geht im Moment nicht mehr. Da ist vielleicht das Flurstück ausgesucht, aber dieser Traum ist nicht mehr realisierbar. Das ist eine klassische Zugehörigkeit der Leute, die immer SPD gewählt haben, die jetzt den Glauben an diese Partei verloren haben und über Dinge nachdenken, die sich nie vorher vorstellen konnten, nämlich möglicherweise ein Kreuz bei einer Partei zu machen, was sie eigentlich nicht machen wollten. So, nochmal, dass diese kleinen Träume nicht mehr gelebt werden können, nicht mehr verwirklicht werden können, dass man nachher zu Hause in der Wohnung bei den Schwiegereltern wohnen muss und bleiben muss, ist eine solche Ernüchterung. Und es wird kein, das prophezeie ich Ihnen, Herr Stegner, es wird kein zweites SPD-Wunder wie 2021 im nächsten Jahr geben. Man muss natürlich zwischendurch immer mal wieder indirekt vor der AfD warnen, aber dass es schlechter wird als bei der SPD, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Wenn es gefallen hat, gerne teilen, liken und abonnieren und bis zum nächsten Mal.